Geführte Meditation. Gemeinsames Mitgefühl. Um dich im Mitgefühl zu üben, setze dich erst einmal hin, zentriere und erde dich und komme ganz zur Ruhe. Spüre, wie dein Körper auf der Erde ruht. Fest. Anwesend. Würdevoll und leicht. Spüre deinen Körper. Deinen Herzschlag. Das Leben in dir. Deinen Lebensatem, der sanft in dich hinein und wieder aus dir herausfließt. Spüre, wie der Lebensatem sanft in deinen Körper hinein und wieder herausfließt. Spüre die ganze Gesetztheit deines Körpers, während du sitzt. Spüre auch, wie sehr du dein eigenes Leben schätzt. Wie du dich schützt, wenn du Leiden begegnest. Mitgefühl und Liebe zu sich selbst aufzubringen. Deshalb beginnt diese Übung über das gemeinsame Mitgefühl zuerst mit jemandem, den du liebst. Während du still da sitzt, denke an jemanden, der dir nahe steht und den du sehr liebst. Stell dir jemanden vor, mit dem du nicht gerade einen Streit oder ein Problem hast. Nimm einen Menschen, bei dem ganz leicht und natürlich liebevolle und fürsorgliche Gefühle in dir entstehen. Spüre die natürliche Fürsorge, die du diesem Menschen entgegenbringst, während du dich jetzt an ihn erinnerst. Nimm wahr, wie leicht es ist, diesem Menschen einen Platz in deinem Herzen zu geben. Und während du dich an ihn erinnerst und ihn vor deinem geistigen Auge siehst, seine Anwesenheit in dir spürst, werde dir bewusst, wie viel Kummer diese Person in ihrem Leben mit sich herumträgt. Wie viel Leiden das Leben diesen geliebten Menschen beschert hat. Und während du das Ausmaß des Leidens dieses Menschen spürst und fühlst, Nimm wahr, auf welch natürliche Weise sich dein Herz öffnet, um ihm alles Gute zu wünschen, ihm Trost zu spenden, mit ihm mitzufühlen, voller Mitgefühl auf seinen Schmerz einzugehen. Dies ist die natürliche Reaktion des Herzens. Um dich noch weiter zu öffnen, sprich in deinem Geist und deinem Herzen ein paar einfache Sätze des Mitgefühls. Stell dir die Person vor und sag leise, mögest du von Mitgefühl getragen werden. Mögen dein Schmerz und dein Leid gelindert werden. Mögest du voller Frieden sein. Und während du sie siehst und in deinem Herzen bewahrst, mache eine Weile mit diesen einfachen Aussagen weiter. Mögest du von Mitgefühl getragen werden. Möge dein Schmerz und dein Leiden gelindert werden. Mögest du voller Frieden sein. Lass die Fürsorge und das Mitgefühl nun etwas stärker werden, während du weitermachst. Lass dir Zeit. Widme dich allem mit Zärtlichkeit. Stell dir vor, dass diese geliebte Person sich umdreht und ihrerseits dich ansieht. Stell dir vor, sie würde dich mit all der Fürsorge und natürlichen Liebe ansehen, die sie dir gegenüber empfindet. Und stell dir vor, wie sie das ganze Ausmaß an Kummer begreift, während sie dich ansieht. Das Ausmaß an Bürden und Leiden, die du in deinem Leben mit dir herumträgst. Es ist, als könntest du dich durch ihre Augen selbst sehen. Du siehst, mit welchem Blick sie dich ansieht. Du siehst deine Kämpfe, deine Verletzungen, all den Verlust und die Vertrauensbrüche, die Ängste und das Verwirrtsein, den tiefen Schmerz. Und du siehst, wie ihr Herz sich ganz natürlich für dich öffnet und ihre Liebe sich in natürliche Barmherzigkeit und natürliches Mitgefühl verwandelt. Stell dir vor, wie sie sich wünscht, dass du bei deinem eigenen Kummer das gleiche Mitgefühl empfindest und ihn auf die gleiche Weise betrachtest, wie es bei ihrem Kummer der Fall war. Wie sie dich anleitet zu sprechen, möge ich von Mitgefühl getragen werden. Möge all der Kummer und die Kämpfe und das Leiden in meinem Leben von großem Mitgefühl getragen werden. Atme sanft, während du diese Worte sprichst. Mögen meine Schwierigkeiten in schweren Zeiten von Mitgefühl getragen werden. Mögen mein Schmerz und meine Trauer gelindert werden. Und möge ich Frieden finden. Und jetzt sprich selbst auf die Weise zu dir, wie es diese Person getan hat, der du etwas bedeutest, die dir ihre Wünsche für Mitgefühl und Verständnis dir selbst gegenüber übergeben hat. Möge ich von Mitgefühl getragen werden. Mögen mein Kummer und meine Schwierigkeiten all die Kämpfe und der Schmerz in meinem Leben von großem Mitgefühl getragen werden. Atme sanft und ruhig. Mögen mein Schmerz und meine Trauer gelindert werden. Und möge ich voller Frieden sein. Spüre die Leichtigkeit und den Frieden, der sich in dir ausbreitet, noch während du diese Worte sprichst. während der Geist des Mitgefühls weiter in dir zunimmt. Denke daran, dass du überleben wirst. Denke daran, dass du das innere Licht der Weisheit und des Mitgefühls in deinem Herzen trägst. Denke daran, dass du durch deine Schwierigkeiten hindurchgehen und deine Würde spüren wirst und deinen Mut und deine Fähigkeit zu lieben. Du spürst den großen Strom der Liebe und des Mitgefühls, der allem innewohnt. Nimm dir Zeit für dich selbst, wie du es getan hast, als du dich dem Menschen gewidmet hast, den du liebst. Atme sanft und verweile bei dieser Übung des Mitgefühls so lange, wie du möchtest. Es hilft dir vielleicht, wenn du eine Hand auf dein Herz legst, als würdest du dich selbst und alles, was du zu tragen hast, mit der Güte eines Buddha berühren. Nach einer Weile kannst du dein Mitgefühl auf andere Menschen ausdehnen, die du kennst. Stelle dir geliebte Menschen vor, Freunde, Bekannte, Menschen aus deiner Umgebung. widme dich ihnen anfangs nacheinander und lasse sie in dein Herz. Während du voller Liebe für sie bist, nimm ihre Schwierigkeiten wahr, ihre Kämpfe, ihre Bürden und ihren ganzen Kummer. wünsche ihnen Wohlergehen. Mögest du deinen Kummer mit großem Mitgefühl berühren, mögen deine Kämpfe und Schwierigkeiten von Güte getragen werden, atme sanft und ruhig, mögest du von Mitgefühl getragen werden, möge dein Schmerz und dein Kummer gelindert werden, mögest du Frieden finden, Atme sanft. Mache damit weiter, diesen geliebten Menschen Wohlergehen zu wünschen. Widme dich einer ganzen Reihe von geliebten Menschen und Freunden auf diese Weise, aber wende dich ihnen nach und nach zu. Jedem Einzelnen Richte diese Aussagen des Mitgefühls voller Zärtlichkeit auf sie, mögen dein Kummer und deine Schwierigkeiten von großem Mitgefühl getragen werden, mögen dein Schmerz und dein Leiden gelindert werden, möge dein Herz voller Friede sein. Wenn du dich nach einer Weile bereit dazu fühlst, kannst du dein Mitgefühl noch weiter ausdehnen auf andere Freunde und Nachbarn, auf deine Umgebung, auf alle Menschen auf der Welt, die leiden, auf jene, die angenehm sind und jene, die schwierig sind, jene, die weit weg sind und jene, die nah sind. selbst auf jene, die dir Schwierigkeiten bereiten und schließlich auf die Bruderschaft und Schwesternschaft aller Wesen. Lass dir Zeit, Atme sanft und ruhig und benutze einfache Aussagen, mit denen du anderen wohl ergehen wünschst. Mögen deine Nöte und Kämpfe von Mitgefühl getragen werden. Mögen dein Schmerz und dein Leiden gelindert werden. Möge dein Herz die Leiden in der Welt verwandelt. Spüre den Atem in deiner Herzgegend, als könntest du sanft durch dein Herz ein- und ausatmen. Spüre die Güte deines Herzens und stelle dir mit jedem Atemzug vor, dass du das Leiden und die Kämpfe eines dieser Wesen mit deinem Herzen berührst. Und mit jedem Atemzug kannst du dein Mitgefühl noch etwas weiter ausdehnen. Atme sanft ein und bei jedem Ausatmen möge dein Kummer von Mitgefühl getragen sein. Atme sanft ein Lass zu, dass dein Herz von diesem Wesen berührt wird und atme aus. Möge dein Schmerz und deine Kämpfe gelindert werden. Atme sanft ein und lass zu, dass dein Herz von all den Kämpfen in der Welt berührt wird. Atme aus. Mögen eure Herzen voller Frieden sein. Während du atmest, stell dir dein Herz als reinigendes Feuer vor, das in der Lage ist, die Schmerzen der Welt zu berühren und in strahlendes, warmes Mitgefühl zu verwandeln. Mach diese Übung sehr sanft. Diese Übung soll kein Kampf sein, sondern das große Herz des Mitgefühls in dir Schritt für Schritt öffnen. Lass zu, dass die Atemzüge und der Kummer, die dich berühren, alle Hindernisse wegbrennen, die dich vom Mitgefühl trennen. Damit sich dein Herz zu seinem naturgemäßen, großzügigen und furchtlosen Zustand öffnen kann. Atme ein und aus und spüre alle Wesen, die um dich herum sind, die in der Nähe und die weiter weg, in allen Richtungen und Dimensionen dieser Welt und noch dahinter. Möget ihr von Mitgefühl getragen werden. Mögen euer Schmerz und euer Kummer gelindert werden. Mögen eure Herzen voller Frieden sein. Und mit jedem Atemzug spürst du die Zärtlichkeit und Barmherzigkeit deines Mitgefühls. und des Mitgefühls jener, die du liebst, zu allem, das lebt. Wie die Mutter oder der Vater der Welt wirst du bei jedem Atemzug die Welt in deinem Herzen tragen. Lass dir Zeit. Du sitzt so wie der Buddha, der du bist. Ein Zentrum des Mitgefühls. inmitten der Welt. Beende dann den Kreis, indem du das Mitgefühl zu dir selbst zurückführst. Zu diesem herrlichen und zärtlichen Menschen, der da sitzt. Und lasse mit jedem Atemzug erneut den großen Geist des Mitgefühls in dein Herz. So, wie ich allen um mich herum wohlergehen wünsche, möge auch ich von großem Mitgefühl getragen werden. spüre dieses Mitgefühl dir selbst gegenüber, gegenüber jeder Zelle deines Körpers und in jedem Winkel deines Seins. Mögen meine Kämpfe und mein Leiden von Mitgefühl getragen werden. Mögen mein Schmerz und mein Kummer gelindert werden. Und möge mein Herz voller Frieden sein. Du kannst diese Übung des Mitgefühls regelmäßig machen. Und irgendwann wirst du sie intuitiv ausführen. Es kann manchmal etwas schwierig sein, als würde der Schmerz dich überwältigen. Vergiss nicht, dass du nicht vorhast, den Schmerz der Welt zu berichtigen, sondern nur, ihm mit einem mitfühlenden Herzen zu begegnen. Entspanne dich und sei sanft. Atme. Es ist nicht nötig, sich zu wappnen oder zu verschließen. Wenn du es als schwierig empfindest, richte deine Aufmerksamkeit auf das Mitgefühl, das dir am natürlichsten erscheint. Wie das gegenüber einem Kind, einem geliebten Menschen. Arbeite mit diesen einfachen Sätzen und verändere sie, wenn es dir sinnvoll erscheint. Lass in die Worte die Zärtlichkeit und die Fürsorge deines Herzens fließen. Allmählich wirst du in dir die tiefere Fähigkeit entdecken, dich allem gegenüber zu öffnen, das das Leben mit sich bringt. Wann immer du mit dem Leiden in der Welt zu tun hast, wann immer du selbst harte Zeiten durchmachst und mit Schwierigkeiten zu kämpfen hast, lass dies zu einem Ruf werden, der an dein Herz ergeht und nimm dir die Zeit, zum Mitgefühl zurückzukehren. Zit